Warum? Boah! Wo ist denn? Ich wollte noch schauen. In den Sattel sitzt du schon ab. Ja, lass uns schauen. Boah, ist halt geil aus da. Boah! Aha! Nein! Boah! Ist das ein Trepp? Boah! Ich hab nur einen Finger zum Bremsen, gell? Wo steht das denn dann da? Dann fahren wir halt nochmal ein Stück zurück und schauen wir was anderes, was Besseres ist. Das ist ja ja. Boah! 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 Wuh! Alter, Alter! Boah! 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 Boah!